So, dann habe ich meine Aufnahme wieder an. Das ist gut. Das ist richtig grusig, wenn man als Spectator von oben auf den Pool guckt und dann so die Kamera ein bisschen dreht, ist unten links so ein Brunnen. Ständig. Immer. Was? Jetzt weiß ich, was du meinst. Ist einfach da, der Brunnen. Kommt der Pool her. Ja, der Brunnen. Ja, ich weiß es auch nicht, weil mir ist immer da, wie man sich dreht. Der Brunnen des Tores. Nein. Gott sei Dank ist noch Preparing. Oh, hier geht es explosiv. Fässer gut. Ja, ich habe eben extra gefragt. Also auch wenn man daneben steht, darf man Laufschießen. Ja. Nein, die explodieren erst dann. What? Nyan Cat. Hä? Da hinten läuft Nyan Cat im Radio. Ach ja, da, ja. Achtung. Eki ist bei mir übrigens. Oh, fuck. Ich habe mich jetzt mal selbst mit einem Explosiv-Fass angefickt. Nyan Cat. Ich habe schon auch schon hingekriegt. Eben, Shaya, äh, Shaya liegt jetzt ein Explosiv-Fass. Ja, ich bin grad eh, ich hab einen schwarzen Bildschirm. I don't care. Eki ist immer noch bei mir. Äh, wer schießt, wer schießt, wer schießt, wer schießt. Eki ist die Explosiv-Fasser kaputt, damit ich mich nicht mehr schießt. Och Mann. Ich werde mal der langweilenden. Oh, Alter. Ich habe jedenfalls gerade irgendwelche Schüsse gehört. Das kommt schon weiter. Ach, Alex ist... Ach, das funktioniert bei mir. Schön. Warum das jetzt auf einmal? Oh, der hat das bei mir. Hallo, Bob. Wer ist bei dir? Der ist an uns. Ach so, ich dachte... Ich habe zu verstanden. Und dann dachte ich, ich wäre bei dir. Womit wurde erschossen? Äh, mit einer AWP silenced. Hui. Dann ist ein AWP, schießt nochmal raus. Äh, steht ein Explosiv-Fass weg. Ich muss nach oben, ob dir noch DNA drauf ist. Okay, oder nicht. Na, silenced AWP wirst du keine DNA finden. Ach so. Wusste ich nicht. Da muss der Traitor nah genug dran gewesen sein. Und seid vorsichtig auf den Holzbrettern, weil man kann die zerschießen. Manche. Teilweise. Ich bin... Wow. Explosiv-Fass. Kein Schein. Schossen. Wer liegt denn hier? Alex. Ach du, nicht wundern. In beiden Schuhen. Da, der hätte sie nicht gerade auf den Entschuldigen schießen können. Nee, brauche ich nicht. Dann hätte ich dich gleich erschossen. Ganz als würde, als würdest du gleich snipen. Ich habe nur mich umgeguckt. Das mache ich öfter mal. Lach mich umgucken. Marc, lebst du noch? Ja, mache ich auch oft. Du bist immer so ruhig. Ich höre hier, ich höre Sniper-Schüsse übrigens. Ja, wir schießen gerade in die Luft. Ach, okay. Hallo, Ju. Wer ist da jetzt? Eki, boah. Ach, ja, gibst du noch? Oh, Alter. Okay, irgendjemand hat Jaya getötet, anscheinend? Naja, die hat doch sowieso gar die ganze Zeit einen Blackscreen. Von daher. Ja, die hatte Blackscreen und dann war sie ruhig. Achso. Ich dachte, die hat noch Blackscreen. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie dann vielleicht runtergerannt wäre. Äh, der da oben. Egal. Ich habe gerade irgendwie kein Fadenkreuz, what the fuck. Mein Spiel schwackt ein bisschen rum gerade. Ich gehe ihn untersuchen. Warte, zwei sind jetzt da gestorben, ne? Ja, hier ist Desert Blade. Ich hole dir mal kurz den Traitor runter. Wer denn da ist hier? Dann bravst du... Hä? Du hast du den jetzt erschossen? Nein, das war der Däte. Ach, hier hinten liegt er, hier liegt er. Okay. Da. Ich will... Und Shaya ist tot. Da. Shaya ist wahrscheinlich runtergeflogen oder so. Oder wurde runtergeschubst. Dann ist das. Das, ey. Shaya, wo die Leiche liegt, ey. Wer sich immer runtergeschubst hat, schäm dich. Warum? Ich habe Kava. Ihr seid da oben, ihr seid da oben, ne? Guckt mal an da, wo meine Leiche liegt, runter. Wo liegt deine Leiche? Ja, wer liegt... Achso, ja, da liegt Shaya. Ja, wir... Oh, ja, hier. I am your sandwich. Oh, ich fliege immer für ein Futter. Mach dir meinen Fett mal kaputt. Ach, ich mach doch. Vandalismus. Ja, Clown. Ja, okay. Vandalismus ist doch was Todes. Ich bin innocent. Bin Traitorst. Oh, okay. Eki, wo bist du? Und ich gehe in meinen Traitor-Shop. Bin hier beim Wasser-Tang. Oh. Hä? Wie kannst du denn hören, dass ich... Ich glaube, du bist im Traitor-Shop, Marc. Weil ich gerade noch auf uns... Sonst wärst du gerade... Sonst wärst du gerade nicht ohne irgendwas so hergelaufen. Das ist doch irgendwie... Ich hab mich hier geklatscht. Du hast dich geklatscht. Ja, ich kann nicht mehr auf... ...und die Maus bewegen. Ja, ja, gut, gut. Kein Problem. Kein Problem. Ich hab damit kein Problem. Apropos Britta kaputt. Nein, das tut mir leid. Oh mein Gott, das tut mir leid. Oh Gott, oh, tschüss. Hier, gute Nacht, ich springe runter. Tut mir leid, ich bin tot. Ich springe runter. Ich springe runter. Ich springe runter. Du springe nicht runter. Du spät. Jewel ist runtergesprungen. Oh, Eki. Du... Also ich... Oh, hab ich die Dessertige bekommen und nicht du? Oh, ja. Oh. Chaya. Da lacht sich jeder schlapp irgendwie. Wie, das war lustig. Juni hat sich irgendwie so ein kleines Kind. Wie ganz selten rauskam. Ich lache je nach Situation. Oh, Eki. Was geht? Was geht? Danke. Oder wie andere jetzt sagen, Dach, 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 Dach. Dach, 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 Dach. Dach, 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 Dach. Das ist cool. Ich mag den Menschen, der das sagt, ja. Wow, ich kann mich nicht bewegen. Weil, SPF Slacks ist super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, explosiv. Oh Gott. Du musst ja nicht mehr traps aufnehmen. Ich camp jetzt hier in der Ecke und warte. Ja, ja. Oh. Wow. Ich glaub, Bobf ist tot. Ja. Ach komm schon. Ich mag den Spruch von dir immer, immer dieses Hinten am Turm liegt ne Leiche. Hinten am Turm liegt ne Leiche. Hinten am Turm liegt ne Leiche. Dann war das Boff. Dann war das Boff. Ja, Eki. Ey, Alex. Hast du was mit dem Tod zu tun? Ist das, äh... Mit dem Tod? Nein, nicht, dass ich wüsste. So. Ich hab mal eben die Explosivfässer neben dir zu erschossen. Also, die, die dann neben dir gewesen wären. Dessert, warum quarchst du? Na, der wurd's sein, oder? Ich mein, der ist da oben bei Boff als der Entspieler. Na, derjenige, der am Turm... AAH! Wow, fuck, Alter. What the fuck, man. Was geht? Der Satz schießt, der Satz schießt, der Satz schießt. Der Satz war zwei, der ist tot. Ich hab ihn umgebracht. Hä? Dann schießt jemand anderes. Oder du willst einfach nur unsere Eltern versuchst, das zu vertuschen? Nein. Nein, eigentlich jetzt nicht. Nein, eigentlich jetzt nicht. AAH! Ja. Ich bin grad irgendwie an der Leiter geleckt, wie... Eigentlich jetzt nicht. Wirklich nicht. Cool. Wie so'n Faptard. Ja. Wie so'n Faptard. Noch Explosionsfass. Hey, Chaya. AAH! AAH! Ah ne, dir kann ich trauern, ne? Ja, ich hab diese... Hä, Eki, bist du dir sicher, dass sonst niemand bei dem Turm war? Äh. Ich hab keinen anderen gesehen. Weil da kam definitiv Schüsse her. Welcher... Hier bei dem... Nein, bei dem Turm, wo Desert war. Aber darin steht auch keiner. So. Ach mann. Da bist du schon da, tötest du den E-Traitor und dann bist du, oh no, unaufmerksam. Oh mann. Moment, wenn Drew es nicht ist. Dann ist es Alex. Und ich es auch nicht ist. Und ich es nicht bin. Wieso bist du es nicht? Erklärst. Die ganze Zeit irgendwelche Legs. Ich hab aber auch nichts gemacht. Ah ja. Das ist der Grund. Weil ich Legs... Achso, Legs. Dann kannst du ja nicht geschossen haben. Ja. Also ich hab Legs. Ich bin Kankator. Ja, genau. Alex ist auch ziemlich still. Lebst du noch eigentlich Alex? Ja. 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 Und der ist gewounded. Ja. Ich bin talentiert im Explosionsfässer zerstört. Das muss ich mir wirklich sagen. Ich geh jetzt noch mal zum Turm. Wenn der immer noch da ist, dann... Das ist klar. Na Moment. Alex, wo bist du gerade? Nur so. Ich bin... Oh Gott, wie beschreibe ich das? Er ist hier unten ins Haus reingegangen. Er ist auf nem Dach. Ich bin hier... Hier... Bei der... Bei der Scheibe. Oh Gott. Ich sehe ihn. Wärste gar nicht beschreiben. Da, wo man halt so... langen Leute. Die Frage ist, wenn er... Wenn er's wirklich nicht ist, wieso sagt er's uns dann? Wo er ist, meine ich. Äh, wenn er's wirklich... Wenn er's wirklich... Sein sollte. Äh... Ihr wisst schon, was ich meine. Auf sich zu lenken. Ich brauch die Aufmerksamkeit. Ja gut. Ich bin von meiner Familie keine. Äh. Oh. Hahaha. Der war lustig. Alex hat die übelsten... Threats. Yo. Explosions. Was geht denn? Wer ist da oben? Niemand. Lebst du noch, Eki? Ja. Ich dachte schon, du wolltest jetzt durch einen Explosions... Ah. Weil du gerade irgendwas von Explosionsfass gesagt hast. Äh. Und dann... Alex schießt eine Explosionsfass kaputt. Er reicht die Dinger nicht klein. Macht er irgendwie immer, oder? Leider nicht. Ich bin Freighter und benutze sie, um andere Menschen zu hören. Da hab ich Spaß dran. Tuch. Hab ich gemerkt. Okay, auf mich das war das. Nein. Hast du gerade auf mich gesniped? Was? Wer ist denn da unter... Da unten ist noch Alex. Alex ist unter ihr. Und wenn du auf dem Turm stehst... Alex war direkt da runter. Weil der quasi direkt unter mir steht. War er wirklich? Der hat gerade ne Sniper weggeworfen. Ja, die haben gerade hier aufgehoben und haben auch dann dafür entschieden, wenn er... Ich glaube, ich werde ihn jetzt töten gehen. Ja, dann mach doch, der ist hier unten. Ach so, das wieder muss ich mal. Ich weiß nicht, wir sind halt noch zu viele. Wir sind halt vier. Oder fünf. Ne, vier. Ich töte mich, komm. Ne, töte du mich. Ich töte dich nicht. Ich... Ich bin interessant. Ich töte keine Menschen. Und dann lass mich nie tun. Nie. Ich hab... Niemals. Widerspricht meiner Moral. Ho. Ho. Du hast Alex auch wirklich getötet. Nicht, dass es jetzt irgendwie ne fehlgleiche war oder so, die du da... Konfirmt hast. Oder? Ich guck grad mal, aber da hinten ist wirklich nix mehr beim Turm. Ne. Da ist nix. Eki? Ja. Gut. Weil du nicht geantwortet hast, war ich jetzt schon wieder panisch, ey. Weil du bist ganz und ziemlich der Einzige, dem ich trauen kann, weil du der satt getötet hast. Ja, aber wen von euch kann ich trauen? Das ist die Frage. Mir. Da muss doch noch irgendwo jemand sein. Ja, mir. Ein paar Tweets auf Twitter sagt, man kann denen nicht trauen. Die lügen alle. Da muss doch irgendwo jemand sein. Hallo. Hallo. Okay. Dann... Dann... Dann trau ich dir mal. Yay! Du wirst es nicht bereuen. Okay. Jetzt gleich. Nächsten Moment bin ich tot. Was? Aber dann nicht durch meine Hand. Wow! Explosionsfass. Meine Fresse, ich geh ja weg. Es macht mir Angst. Obwohl ich glaub, ich komm von dem Turm nicht runter ohne Schaden zu nehmen. Ja, Alex, ne? Zeit läuft aus. Oh, ne Tasche, die sich bewegt. Hallo Tasche, die sich bewegt. Schrecklich. 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 Das ist bestimmt der Bopf. Na, ich erzähle mal, wieviel Zeit hab ich denn noch? Oh, ich bin runtergefallen. Tschüss. Was ist denn los? Alex ist runtergefallen. Was ist denn los? Warum? Warum schießt du mich? Was ist denn? Alex ist runtergefallen. Ah. Warum ist denn der runtergefallen? Ja, ja. Ist er wirklich runtergefallen oder runtergesprungen? Oh nein, ich komm nicht aus dem Zoom raus! So. Hatte irgendwas zu seiner Verteidigung zu sagen? Ja, einen Moment. Was? Na, Max will mal. Ist das kacke oder so? Nee, du? Nee, eigentlich ja nicht. Ah. Ach, da bist du. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.